Ein grauer Wächter, richtig? Wie wunderlich, dass sie in den Tagen einer Verderbnis einen solchen Besuch macht. Ich schätze, ich inspiriere üblicherweise eine andere Art von Suchenden. Natürlich, wenn Antrieb und Torheit einen Suchenden als für meine Zwecke passend kennzeichnen. Und dann gibt es noch euch. Ihr werdet von sehr hohen Warten beobachtet, grauer Wächter. Ich kann mich nicht in eurem Schatten verbergen, aber ich werde auf keinen Fall als Fußnote enden. Werde Zeuge von Gaxkern! Soll ich euch gar nicht schicken? Soll ich mich gar nicht schicken? Was ist das? Das war's für heute. 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 Aber... Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Und... So... 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh! Sohn gut, sohn gut. Sohn gut, sohn gut. Sohn gut, sohn gut. Sohn gut, sohn gut. Aber selbstverständlich. Sohn gut, sohn gut. Sohn gut, sohn gut. Sohn gut.